Los! Ja, ich verschwann nicht, ich kann nicht, ich will vielmehr auf. Ruhig, 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 ruhig! Schicke Ballack! Kommt, zieh durch! Nachsetzen! Weiter! Fahne! Hat er mal wieder Schwein gehangen! Scheiße! Ich wollte hochspringen! Ich wollte hochspringen! Gehen wir da? Schönen Kaffeele! Schönen Kaffeele! Schönen Kaffeele! Schönen Kaffeele! Du musst doch mal ansehen! Du musst doch mal ansehen! Mach ihn nach vorne! Was ist das denn? Hinter! Ruhig, ruhig! Kommt den Ball zu nehmen! Das ist alles gut, Paul! Ruhig, ruhig! Nein, mit! Nein, mit! Pass auf, Jungs! Ja, schön! Und? 2-0. Hau ihn weg da! Wir sind in der Sonne hier! Nee, da vorne! Sind alle fest? Wo ist der Fotoapparat? Bei mir hier im Rucksack. Alle roten sind alle. Die, die fotografieren, muss ich mal fotografieren. Ich mach grad einen Film. Ah, alles klar. Hast du Stefans gesehen, was der da aus dem letzten Mal gemacht hat? Hast du das schon gesehen? Nein. Das zeige ich dir. Die können das ja nicht mehr sehen. Ich hab's drauf. Der ist richtig geflogen. Durch die Luft. Komm, geh erstmal raus! Was? Radikalisch! Also wirklich. Voll betäuscht. Ich müsste gehen. Was ist eigentlich passiert? Er hat ihm irgendwie ein Bein reingerammt und dann ist der durch die Gegend geflogen. Und Video bereits. Ich hab alles auf Video. Ja, genau. Das hat er bestimmt gehört. Das hat er bestimmt gehört. Wo ist denn was? Alles genau. Da! 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 Das ist ein bisschen weich. Da hält der Mann vor sich. Ne? Wir haben ihn bratscht, wie er da rennt. Schöne, brat matters. Nee! Komm hin, kenn. Eck! Schönen! personally. Schöne! Jörg! Deine Beine. Ja, der Hel比sel. Jörg! Spöhner! Schöne Fliontte! Was? Sorry. Hallo. Mitte vorne, also Mitte Mitte. Ach! Ach! Ich kriege keine Angst. Ja, ich schuhe. Aus. Volker. Ich werde schon die Ostdeutsch-Büro sind.